Guten Morgen! Guten Morgen! Vielen Dank! Dankeschön! Und damit herzlich willkommen auf der Edelmetallmesse 2022. Endlich ist es wieder soweit. In den vergangenen Jahren gab es ja immer nur Online-Events und dieses Jahr endlich wieder offline. Und offline, das heißt auch, wir haben Axino Capital als Premium-Sponsor dabei. Und das heißt, alle, die hier sind, die dürfen sich eine von unseren wunderschönen Typen mitnehmen. Darin befindet sich unser neu gedrucktes Docks to Perform. Das würde ich einfach mal empfehlen, einfach mal durchblättern. 24, vielversprechende Firmen sind da drin. Und nicht nur das gibt es hier, sondern auch viele weitere Stände und die schauen wir uns jetzt mal an. Als allererstes, wenn man reinkommt, haben wir den Link direkt in die Hauptbühne. Hier gibt es viele verschiedene Vorträge und wie man sieht, ist es hier auch schon sehr gut gefüllt. Heute am Samstag ist der zweite Tag auf der Messe. Das heißt mit anderen Worten, heute sind alle Leute, die nicht arbeiten müssen, auch hier. Das ist natürlich ein großer Vorteil für uns. Wir haben nachher auch auf der Hauptbühne unsere Präsentation. Um 13.45 Uhr, da wird Wolfgang auf der Bühne stehen. Jetzt gehen wir mal weiter und schauen mal, wer hier alles anwesend ist. Hier vorne haben wir auch schon unseren Bernd. Bernd schreibt immer die Beiträge für Axino Capital.de. Den kennt ihr vielleicht. Bernd, vielleicht ein kurzes Wort von dir zur Messe. Wie ist dein Eindruck bisher? Gestern hatten wir schon einen guten ersten Tag, oder? Ja, die Messe ist sehr gut besucht. Gestern war es für einen Freitag und dafür, dass viele noch berufstätig sind und nicht kommen konnten, sehr gut besucht. Es kamen viele interessante Gespräche zusammen und das war für mich nicht unbedingt zu erwarten nach den zwei Jahren Pause. Und heute, denke ich, wird es noch mal ein bisschen lebhafter werden. Gerade laufen Vorträge von Topspeakern. Das heißt natürlich, hier auf den Gängen ist etwas weniger los. Aber so wie die Vorträge raus sind, sollten wir hier nicht mehr stehen und aus dem Weg gehen. Bernd, vielen Dank und viel Spaß noch auf der Messe. Genau, das war Bernd, der schreibt immer die Texte für uns bei Axino Capital. Und wir schauen uns jetzt mal den Rest des Teams an. Nicht alle, aber einige sind heute hier. Und wir sehen schon, von all diesen weißen Ständen ist hier natürlich das größte Schmuckstück. Und hier haben wir den Stand von Axino Capital. Wir haben verschiedene Firmen hier, wir haben CEOs hier, wir haben den Wolfgang Seibold hier. Also es sind alle anwesend. Und wir haben natürlich auch unsere Special Gäste, da müssen wir jetzt mal auf Englisch schwitzen. We're switching to English, we've got Gabriel here from Hive Blockchain Technologies. Gabriel, how do you like the fair so far? It's been great, it's been really nice to talk to so many interesting people and tell the Hive story. So I've been having a great time. And yeah, we're here for the rest of the day, looking forward to answering everyone's questions. Excellent, thank you very much, have a good day. Thank you. Und wir haben natürlich nicht nur den Gabriel von Hive hier, wir haben auch ADX Energy hier. Wir haben aber zusätzlich zu ADX Energy auch den Luke Reiner von Kalamazoo. Und wir haben John Darge von Sonoro Gold. Mit dem werden wir nochmal einzelne Gespräche führen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Hinter uns, oder beziehungsweise direkt gegenüber von uns, da ist der Stand von unseren Freunden von First Majestics. Auch sehr nette Leute. Wir freuen uns immer wieder, dass die extra aus Kanada hier zu uns nach Deutschland kommen. So, und jetzt gehen wir schon auf den nächsten Stand zu. Auch etwas größer, das ist der Stand von Gold Invest. Auch bei Gold Invest, da kann man auch unsere Artikel lesen. Und wir haben zufällig auch den Geschäftsführer hier, den Björn Juncker. Björn, wie gefällt dir bisher die Messe? Ich bin positiv überrascht. Also nach so langer Pause, habe ich nicht gedacht, dass es vor allen Dingen gestern, da jetzt müssen wir mal schauen, wie es heute wird, so gut besucht sein würde. Sehr gut. Du hast auch schon einige Messeerfahrungsjahre hier gesammelt. Seit wann bist du hier? Oh, schon Ewigkeiten. Mit einem eigenen Stand ist die Gold Invest jetzt, glaube ich, seit 2017 hier. Ist natürlich ein bisschen weniger lang, als es sich anhört, während der zwei Jahre Pause. Aber ich glaube, dass wir hierher kommen, das war noch im alten Olympiapark. Also mindestens sieben Jahre her, wenn nicht mehr. Alles klar. Also du hast die Erfahrung mitgebracht und selbst du sagst, heute ist gut, trotz nach Corona. Ja, also dafür, dass nach Corona ist, wie gesagt, gestern noch ein bisschen besser. Heute schauen wir mal, wie es sich anläuft. Vielleicht kommen die Leute auch erst nach dem Frühstück. Das stimmt. Wir kommen ein bisschen später und dann sehen wir mal, wie es läuft heute. Das stimmt. Apropos sehen, wie es läuft. Wir gehen mal weiter zur Nebenbühne. Björn, vielen Dank. Viel Spaß mit der Messe. Wir sehen uns. Mach's gut. Hier ein bisschen weiter sehen wir noch einige weitere Stände. Wer Axino Capital schon eine Weile verfolgt, der weiß, dass wir früher immer hier anzutreffen waren. Das heißt, der beste Stand der Messe war immer hier. Diesmal ist der beste Stand der Messe weiter vorne, nämlich auch am besten Platz. Und ich denke, das hat der Aufregung. Ein bisschen weiter sehen wir die Nebenbühne. Hier ist nicht ganz so viel los wie auf der Hauptbühne. Die Themen hier sind in der Regel etwas spezieller. Das heißt, hier kommen wirklich Leute her, die sich für explizite Themen interessieren. Dafür sind die Vorträge nicht weniger interessant. Wir sehen hier selbstverständlich wieder die wunderschönen Tüten. Und wir werden jetzt wieder zurück zum Stand gehen, mit euch die Gespräche führen und freuen uns, wenn ihr jetzt vor uns zubeikommt. Schaut gerne regelmäßig auf Axino Capital.de vorbei. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Und wir freuen uns auf eure Gespräche. Und wir freuen uns auf eure Gespräche.